Musik 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 Und damit... Hallo meine Poco-Freunde und Poco-Land, willkommen zu einer neuen Folge Heute werden wir in der normalen Welt Alle Bonus Level schaffen Nämlich wir haben jetzt noch diese Welt 4 hier Diese gibt 4 Level Übrig Und die werden wir Wahrscheinlich anfangen, aber nicht fertig machen Weil die Folge Die Folge sonst zu knapp wird Und ja, ich weiß, was ich machen muss In diesen beiden Level hier oben muss ich Jetpack Und in diesen beiden muss ich das andere Ich mach erstmal die beiden hier Einfach, weil ich jetzt das Jetpack Hab und ich nicht keinen Bock jetzt hab zu wechseln Okay? Einfach weil ich keinen Bock jetzt hab zu wechseln Ja, wieso hat er mich jetzt getroffen? Ich bin... Ja gut, ich bin ein bisschen eingerostet Das ist später in der Nacht Also nicht in der Nacht, aber ne? Wir haben Wochenende, ich kann sowas nicht mehr Man, wie sie mich jetzt so schlecht Da oben ist das CTL Level, wo wir natürlich auch nicht hin können Wir wissen, was ich mein Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge Denk ich mal Wenn wir alle Bonus Level fertig haben Werden wir etwas bestimmtes freischalten Und ich freu mich darauf schon, weil ich dann... Ne, ich möchte nicht sagen, was ich damit mach, weil sonst Spoiler ist vielleicht schon zu viel Ich hoffe ich bin nicht so weit Nein, nein, der Ende ist es am Ende Am Ende des Levels Was einfach easy zu finden Ich weiß nicht, wir sind hingegangen Bin einfach, wahrscheinlich, weil ich wollte Hier, jumpen Und, fertig Da ist es, da hast du es, viel Glück ich habe mich hier auf der stelle des Plätze in den letzten Parts gesagt haben jetzt kann ich schon wieder sagen ich wollte hier in diesem der bonus der wir gerade noch einen bonus besuchen nein wir sind hier nicht nur hier im country anspielung als ob als ob hatte ich ein checkpoint bitte sagt dass ich nicht dabei ist es auch halt im checkpoint so um muss müssen ruhiger sein weil ich konzentrieren muss auf das Lärmö Nennen du kriegst mich nicht die Musik ist ja irgendwie ganz düster und ich mag sie nicht ein Magnum aber scheinlich welche dann mit dem getroffen werden zum Glück nicht gut dann das hier hinten das hier das hier ja hier ist es ich weiß nicht es ist so so kam mit also ich würde jetzt so mit zu sagen ich glaube es ist mehr am Anfang ich glaube ich würde sogar sterben jetzt glaube ich ich glaube alles ja ich bin nicht sicher ja ich weiß ich weiß wo es ist okay das ist hier ist es krank ihr würdet nie drauf kommen wo es ist außer er sucht jeden einzelnen Winkel das ist man sieht es nicht beim Hintergrund in der ähnlichen ja es ist krank es ist vielleicht könnte hat man es vielleicht gerade schon gesehen also man kann es schon finden aber es ist schwer ich habe selbst nicht gefunden hätte wahrscheinlich nur gefunden mit einem YouTube Video so wie jetzt so jetzt erstmal ganz speedy und saleslike durch und da habe ich das Gefühl dass die Gegner gar nicht gelernt haben können das sein egal auf jeden Fall hier an der Stelle denkt man sich so ja endlich besiegt es geht weiter und dann einfach hier nach links vielleicht wenn man unten steht habe ich ein kleines bisschen das gesehen aber wer achtet darauf man denkt vielleicht das geht zum level und dann später wenn man gegen die camp dann vergisst man es oder oder nicht ich hoffe mein mein mikrofon also mein audio ist nicht so komisch weil ich mich hier ganze wechsel ja sitzen so ganz krumm und zu so ganz angenehm sitzen was ich meine hoffentlich schon wieder habe ich das Wort gesagt was ist mit mir los man kann nicht sterben ich habe Angst hier durch ich will nicht springen sonst sonst treffe ich mich noch da hab ich Angst jo jo genau oh doch what nein 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 ich weiß nicht ich weiß nicht ich vergess es immer welchen ich wollte oder nicht ich weiß nicht was ich weiß nicht wieso ich weiß nicht wieso so Licht an machen das ist wirklich dunkel ich sag's euch ich war von morgens bis abends das Spiel ich spiele das die ganze Zeit von morgens bis abends sterben würde und wieder wiederbelebt werden so wie Kenny ins Hausmann das wäre schon gut das wäre cool aber ob man das will ob man wirklich sterben will aber über also jetzt mal so eine Frage von mir an euch würdet ihr äh nehmen also immer wenn man stirbt ist äh wird man wiederbelebt aber dafür spürst du richtig hart und schmerz würdet ihr es tun ich muss mal kurz schauen das dauert ein ganz kleines bisschen oder ich mache einfach einen cut aber dann müssen sie wieder arbeiten ähm schon nicht was äh man braucht ich glaub den cheese ja man braucht den cheese okay ich hab mal ganz kurz geschaut hey was ist los so lecker spiel rum okay bis gleich ne gar nicht okay gar nicht letzten beiden level von äh einer normalen welten also wenn 1 2 3 4 Welt 5 ist ja die die Weltraumwelt die ist Hardcore ich weiß nicht irgendwie ist heute ein ganz komischer Tag also nicht schlicht oder so er ist einfach komisch ich weiß wie ich das beschreiben soll es ist mir jetzt ja auch egal und nein ihr wisst nicht was ich mache ok vielleicht wissen aber ich möchte diesen Satz nicht mehr sagen weil ich nicht zu oft sagen hier das ist eigentlich ganz einfach richtig simpel man sieht es einfach es ist einfach auf deinem Weg das ist einfach nur wahrscheinlich hat man das alte meint also das Power ist einfach hier hier hinten wie sie also wer das nicht findet dann weiß ich nicht mehr dann weiß ich nicht mehr dann weiß ich nicht mehr wie man den also wenn man nicht reinkommen das ist schon was anderes aber finden das ist doch weg sagt nein 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 ihr wisst dass ich die Zahle hier die die Schweine da hasse verschiedene Schweine weil sie sind Schweine und selbst sind sie auch mir bei nein 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 hier gibt es kein Checkpoint weil das es einfach kurzes Level ok Finde ich okay! Du bist... ...schellig accepted. Keine Ahnung. So, jump, 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 jump. Jump, kill, 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 kill. I said kill, not to die. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Okay. Bitte nicht auf ne Bombe auf mich! Bitte nicht auf ne Bombe auf mich! Nein, die hat's ausge... Als okay, das ist gemein. Das ist gemein. Hier einfach kein Treffer am besten. Ja, ja. Genauso. Nicht. Aber egal. Wollte mich jetzt... Trägern. Ich hab das Gefühl, dass Spiele mich trägern. Ich hab aber nur das Gefühl, dass sie... Was? Die hab ich getroffen? Hm, wie was? Nein! Ein Leben, was ich jetzt schaffen! Wie soll ich jetzt mit einem... Leben schaffen, ohne Skill? Ja, okay, ich hab doch... Nein! Ich weine gleich. Ich weine gleich. Wie gedacht, das ist das Level. So schwer ist! Ich dachte, die sind so einfach. Nö, jetzt häng ich hier in diesem Level, weil das Level eigentlich voll einfach ist. Aber okay. Also ich hab's nicht gespielt oder so. Ich bin jetzt momentan sogar weiter als in meinem Ding. Ja gut, ich hab dann noch nicht angefangen mit dem Bonus-Servor. Ne? So wär ich dann halt... Nicht weiter. Egal. Wie auch immer. Ich hab zwei Leben. So kann ich nämlich besser spielen auf jeden Fall. Also mit zwei Leben kann jeder besser spielen, als mit einem. Das ist klar. Das ist Fakt. Ohhhh! Was ist das für ein kranker Kack? Kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich da hochkomme? Oh. Problem gelöst. Keine Ahnung. Was? Nein! Ja komm, kann ich mich killen. Als ob ich das denn so mal mache, den Passagier. Jetzt ob ich nochmal das noch hochkomme. Komm, nein! Komm, ich die sterben. Ja, kill mich, kill mich, kill mich, kill mich, kill mich. Man muss da mit gruhen Gedulden alles. Da oben ist das Ziel. Lieber runterfallen anstatt mal ja alles. Oh Mann, jetzt bin ich schlecht. Ey, was los? Wieso sterb ich jetzt die ganze Zeit? Mann, das Video sollte doch lang werden. Gut, dann wären wir halt das andere. Ich bin so bescheuert, oder? Kann man so dumm sein, ne? Ich weine gleich. Ich mein' ernst. Der hat mich doch nicht... Ich hab mich doch nicht getroffen. Ich will jetzt gerne quitten und nochmal rein, aber... Das bringt mir nix. Also, das würde mir nur negativ bringen, aber... Wer will schon negativ, ne? Oder? Oh, mein Gott, oh mein Gott! Okay, okay, okay. Bam! Sterben! Ja, okay, ich hab mich treffen. Es ist mir egal, du musst auch spielen. Raus aus diesem Level. Ich will einfach den Giant Diamond. Wie auch immer das heißt. Ist das deren... Ist das deren... Ernst? Nein, nein! Nein, 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 nein! Ich frustriere, okay? Ich frustriere. Echt? Schade, dass ich meine Baumung gerade nicht dabei hab. Sie sind alle und... Ja, sonst hätte ich welche genommen und für mich beruhigen. Aber nein, das Spiel muss so frustrierend sein. Und... Gott, sorry für die ganzen Fails und alles jetzt gerade aber... ich weiß auch nicht was was passiert diese Passage ist einfach nur ich bin richtig oder du mit dem Sterben ist eigentlich keine Sache hier oder zumindest habe ich habe ich und hatte ich jetzt finally so und welches Ende war das jetzt nochmal das letzte hier ich bereute es jetzt in 1 wer noch das andere machen alles ist einfach direkt am Anfang den Ball hier zu finden die 1 selber sind sie es nicht nur dann gesehen zumindest für mich also ich finde sie schon wirklich schwer hat mit der Kissen das ist schon das ist herausfordernd hier geht noch eine Lennepaar nur wieso wieso stehe ich genau das ist die Frage okay hab das Gefühl ich muss gleich mal eine Pause machen also ganz kurz das ist nur sie mann was 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 oh mein Gott ich glaube es einfach nicht ich kann das kann ich nicht glauben ich bin ich da habe ich schon eigentlich aufgegeben wollte haben wir noch zum Checkpoint weil ich so gesehen habe und ich bin auch gerade hier am Checkpoint ist kann jetzt besser dann sterben und dann gewinnt das kann jetzt kein ich alles neu machen schon noch mal nur noch nur das ist ja das eigentlich auch so eine Post der Sonne den Ort wo man einfach nur egal die Welt jemand will dein Atem Leute das ist nicht ich bin ich kann es nur ganz ja okay dann ist das Spoiler von dem Level wir werden das erste vielleicht sogar noch das zweite von den nächsten Level von der Weltraum Level schaffen aber die dritte und vierte vor allem das vierte nicht also in der nächsten Folge nächsten Part werden wir das dann fertig machen nur ich werde jetzt eben noch die paar hier fertig egal ich sag das würde trotzdem auch wenn nicht das zu oft sein ist mir jetzt egal das ist mir jetzt egal das ist mir jetzt egal so gut oh was war das denn wow what the fuck geh jetzt hier nicht ist ich kann ich kann jetzt 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 warm warm und gut so nein ha scheiße scheiße ich sehe es erst jetzt ist die bomben heimis über sind und dann okay das zweite teil ist glaube ich noch ja ich bin mir sicher das zweite teil ist kranker der erste teil aber wahrscheinlich werde ich bei den leichten passagen die man fehl von einem schwierigen werde ich dann voll es gibt zumindest witzig johannes ich bin durchgekommen und wo kommen einen anderen gestern danke dass du für mich gestorben der neue hitz und von markt wir haben alles fertig nur noch nur in Anführungsstücken die vier Level ihr seht auch hier unten 36 von 40 Leute ich mach kurz den Cut und dann machen wir das erste Level das erste Brustel ist schon mal und in der nächsten Folge machen wir dann hier die drei und anlocken etwas bestimmtes das bis gleich hm wo soll das Secret Level haka und bock ich gehe nach Hause warte mal hier ist es ja ja das ist äh da würde ich selber nicht drauf kommen aber es wäre vielleicht was ich kann durch die Stacheln schießen gut zu wissen oh jetzt verstehe ich die haben es jetzt schwieriger gemacht ja ok I get it I get it I think I get it I should get it oh naja ok bam und die da oben kehren ohne getroffen zu werden genau so nicht genau so da kommen wir machen das Level ich bin mir sicherlich noch ein anderes Leben ich nehme alles vor auf auch gleich den nächsten Fall nämlich vor auf weil ich die nächsten Tage dann kann keinen Bock mehr haben nicht mehr mit man spielen werde und sobald wir das nächste Folge werde ich auch Prozent das letzte Level Prozent die Spiele zu nennen ist glaube ich dass ich bin ich sicher bis zu werden ich werde mein Bestes gehen was zu machen okay so jetzt ganz schnell durch und geht um die Uhr die Uhr es ist herzlichen ja ab erlaubten so war aber nur gewandt dort und da heute englisch ich weiß man kann sich einfach ganz normal wie andere Leute durchbringen oder bist du bist so muss man einfach ganz weit die ecke das wäre ich die verkehrung ist ein challenge einfach mal ein ganzes also halt so lange spielen ohne checkpoint kann ja hier ausmachen aber ich mache die natürlich an weißens und dann so lange spielen bist du erst mal stirbt und zwar als pro gamer als erfahren wir machen sogar das noch aber ich habe kurz los ist okay leute ich habe mich vertan dass man bis zum ende des levels muss ist ja aber hier muss man auf das habe ich sagen diese beiden machen wir in der nächsten folge und hier ist einfach ganz am anfang im letzten level zumindest wird aus einem spart aber wenn man jetzt glaubt sie spielt der schwierigste grad wird einer spart da kann man nur lachen alles einfach nicht so ist ja man darf aber den japan nicht benutzen man braucht ihn um reinzukommen aber man darf ihn nicht benutzen das ist das ist schon witzig finde ich ja wieso nicht nur die sommer muss immer mit der plattform mitbewegen ok komm 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 das geile ist es gibt in den Prozent der geisterwärts und gibt keine ich wiederhole keine bonuslevel das wäre sonst hartkopf für mich ja ich habe gewusst dass sein muss ich hab's gewusst das erinnert mich aber an einem anderen ich weiß nicht welches aber es ist ein bisschen ja immer kann ich doch mal kommen dass er sehr nah ist die tüfte ohr bist du schnell und jungs halte sorge schafft gut gut dann brauchen wir nicht wollen die vier und morgen mehr die dann und das hier doch ist es ja gewöhnt so viele levy hier geschafft ja es muss erst mal haben ich sehe schon 28 von 30 nächsten folge machen wir die beiden fertig sind erhalten und da und er hat gesagt und geschenkt nein so kann man sich nicht egal haut rein und wenn sich voll gefallen hat geht mit positive bewertung haut rein schau euch andere videos von mir an äh wenn ich überhaupt momentan noch was anderes bringe ja ich freue mich wenn das Projekt zu Ende ist brauche ich nie wieder solche Levels bringen haut rein und tschüss befest du Untertitelung des ZDF, 2020